der optiker konzern vielmann will hunderte stellen abbauen was es damit auf sich hat erkläre ich dir in diesem video ich sage dir auch wie du als betroffener arbeitnehmer ihr dich aufstellen kannst was du beachten solltest und was du im ersten schritt auf jeden fall sofort überprüfen solltest all diese fragen in diesem video in den medien wurde das berichtet vielmann gleich mal meine brille die ist nicht von vielmann ja schon einen sehr guten optiker wurde berichtet dass hunderte stellen abgebaut werden sollen zunächst bis juni kommenden jahres 66 stellen über ein freiwilligen programm da sage ich gleich was zu und dann bis 2025 hunderte weitere stellen für uns noch wichtig zu wissen betroffen sind kunden allein kunden ferne zentralbereiche sagt der arbeitgeber ja nachtiger ich höre die traps natürlich und in die niederlassung bleibe alles wie gehabt hier werden sind sogar hunderte offene stellen das führt zu so ein paar besonderheiten die jetzt nicht nur mitarbeiter von firmen betreffen sondern die auch allgemeingültig sind fangen wir zunächst einmal damit an freiwilligen programm wie läuft so was wie wird das typischerweise gemacht und da gibt es jetzt manchmal je nachdem wie die konditionen sind ja gibt es so und wie motiviert die einzelnen leute sind gibt es immer so ein eine ausschreibung quasi ja man bietet bestimmte bedingungen an und dann gibt es je nachdem wenn das jetzt sehr sehr gute bedingungen sind die leute vielleicht sowieso weg wollen oder unzufrieden sind dann gibt es quasi fast ein wettrennen auf diese konditionen und wenn die konditionen nicht so gut sind oder man noch nicht so genau weiß dann gibt es eben zu wenig und je nachdem ob so viel zu wenig gibt gibt es dann zwei verschiedene phänomene die beobachtet werden können wir nehmen erstmal den fall dass sehr sehr viele das haben wollen dann kann ich nur sagen vorsicht hier werden ja aufhebungsverträge geschlossen du musst hier gucken dass die vorteile nicht aufgefressen werden von den nachteilen wenn du zum beispiel arbeitslosengeld bekommen willst und in deinem fall wegen unterschrift unter den aufhebungsvertrag die agentur dann eine sperrzeit verhängt die arbeitgeber sagen oft in diesem fall es gibt keine sperrzeit das kannst du nicht wissen das hängt sehr stark vom agentur mitarbeiter ab fakt ist ja erst mal du unterzeichnest einen aufhebungsvertrag die frage ist hast du ein bisschen grund jetzt kann könnte man natürlich argumentieren ja es gibt ja hier stellenstreichung ja das ist aber ein freiwilligenprogramm daran muss man ja nicht teilnehmen dementsprechend ist das alles andere als sperrzeitsicher du musst also damit rechnen sperrzeit wenn die kündungsfrist nicht eingehalten wird musst du noch mit einer anrechnung der abfindung teilweise rechnen also das heißt das kann sehr stark die sache dezimieren und gerade wenn leute so im windhund verfahren ja dann diese an diesem programm teilnehmen wollen also wer zuerst kommt arbeitgeber so eine stimmung schüren gerade dann ist besondere vorsicht geboten überlege dir immer was du machst wir bieten deutschlandweit an mit uns zu sprechen ist das sinnvoll soll man das machen und vor allen dingen wie kann man diese kondition aus dem freiwilligenprogramm verbessern auch wenn der arbeitgeber sagt bester preis letzter preis sehr sehr häufig gelingt es uns hier deutlich nachzubessern und zumindest die ganzen nachteile wie sperrzeit und so weiter an rechnung das alles safe zu machen dass das alles rauskommt dass da kein wirklich keine gefahr gibt ja also vor der unterschrift mit einem anwalt reden kannst gern mit uns machen wenn ich mache es mit einem anderen anwalt aber auf jeden fall erst mal darüber sprechen so dass das eine das andere die andere situation ist jetzt es gibt nicht genug freiwillige bewerber ja dann werden von arbeitgebern häufig so droh dinge in die luft gesetzt nach dem motto wenn du jetzt nicht freiwillig unterschreibst denn christus später gar nichts und so weiter lass dich davon nicht ins boxhorn jagen das sind in der regel ist es so wenn der arbeitgeber ist so einfach unfreiwillig machen könnte würde er das tun das heißt dieses diese staffelung freiwillig und danach unfreiwillig wenn das erfolgt fast immer erfolgt fast immer vor dem hintergrund dass man möglichst günstig rauskommen will wenn du da auf nummer sicher gehen willst dann sagt doch in den verhandlungen zum arbeitgeber dann garantiere mir doch wenn es später bessere konditionen gibt dass ich die bekomme das wäre das minimum das muss dann aber auch wasserdicht vereinbart werden ja bloß dann merkst du manchmal schon in verhandlungen das will arbeitgeber dann doch nicht dann frage dich halt weiter warum will er das nicht ja also ich würde auf keinen fall mich hier so irgendwie übermäßig schnell in die falle locken lassen das sind dinge die man später dann bereut im zweifel wie gesagt immer erst das gespräch mit dem experten wenn du jetzt davon betroffen sein könntest oder auch vielleicht einmal einem anderen unternehmen dann sind ganz wichtige dinge in so einer situation als erstes zu tun überprüfe ob du rechtsschutz hast arbeitsrechtsschutz ob du deine beiträge bezahlt hast ob das auch gedeckt ist wenn du das nicht hast dann könntest du probieren noch eine rechtsschutzversicherung abzuschließen die wartezeit sind bei vielen rechtsschutzversicherungen nur drei monate das bedeutet im moment am freiwillenprogramm das kannst du ja noch strecken ja und wenn du dann rechtsschutz hast dann kannst du ja losziehen dann kannst du ja den kampf ziehen also in jedem fall wenn es später vielleicht doch kündigung geben sollte hast du dann deine rechtsschutzversicherung und kannst dann im wege der kündigungsschutzklage agieren und dir die bestmögliche abfindung sichern